Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse kommt es am Montagabend in Flötzingen im Bundesland Baden-Württemberg zu einer folgeschweren Frontalkollision zweier PKWs, wobei ein Fahrer lebensgefährlich verletzt wird. An einem Waldstück gerät kurz vor Flötzingen ein 61-jähriger BMW-Fahrer auf glatter Straße ins Schleudern, kracht dabei frontal in den entgegenkommenden Mercedes einer 43-Jährigen, wobei der Lenker des BMW schwerst verletzt eingeklemmt wird und sich sein 51-jähriger Beifahrer wie auch die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt selbstständig befreien können. Überfrierende Nässe und die akute Rutschgefahr gestalten die Rettungsarbeiten extrem schwierig. Mehr als eine Stunde benötigen die ca. 37 Einsatzkräfte vor Ort, den lebensgefährlich verletzten, eingeklemmten BMW-Fahrer mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug zu befreien, um ihn umgehend an die notärztliche Versorgung zu übergeben. Die Bergung der liegen gebliebenen Fahrzeuge verzögert sich aufgrund der anhaltenden Klette an der Unglücksstelle erheblich. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Königsfeld und Weilen sowie die Verkehrspolizeidirektion aus Zimmern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017